Und Achtung alle, oben angekommen, hier geht's an, Tempo, ab über Stürmer! Ihr könnt auch schütteln, doch noch Kana, was so geht. Echt, 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 zwei, Echt! Lüchtenauer Sensationen! Ja! Und weiter, es wird immer sowas von sensationell gut läuft. Kommt ihr auch schon in die Frage, wie man alles entscheidet, wollt ihr noch schneller? Einstimmig angenommen, wer hätte das gedacht, dann wird das auch gemacht. Nach Zupackegoo, Apepico! Ja, ich kenne so aus dem Wissens, wie der was ganz erschienen. Schön geschnell vor allem. Maticolo, kurz verholen! Und alle machen deswegen die Frage, wie man alles vor mir machen kann? Dann schreiben wir das Ganze über alle, die sich trauen, die Hände nach oben. Ja, Pupco hängt es ab in die Erde, denn es ist gar nicht mehr. So was hat die in Wiedenau zum Beispiel nicht, ne? Genau, ne? Ja, wer jetzt geglaubt hätte, es wäre schon vorbei, der hat immer direktes gedacht. Wollen Sie noch weiter machen? Hören Sie was anderes als Joschein, hallo? Habe ich mal fast wieder ab. Schnell ein Abo, Leute! Das kommt mir jetzt bis vorne davor. Da hättet's gerne, ich weiß nicht, weiß nicht. Aber leider muss auch alle Schülle wieder nennen, aber deswegen gibt's noch einmal Vollgas. Alle Hände noch mal nach oben! Ein, zwei, drei! Das war wieder ein Spiel zu sehen. Dankeschön an die Münchmusik von einem Lüchterland! Dankeschön an die Koste holt! Das ist ja auch ein paar Kinder. Bei mir ist die Ausgangs-Aktizmüllung. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke!